Polythiazyl ist eine anorganische chemische Verbindung aus der Gruppe der kovalenten Nitride. Die Verbindung gehört neben dem Deschwefeldenitrit, dem Tetraschwefeldenitrit, dem Tetraschwefel-Tetranitrit und dem Monoschwefelmononitrit zur Gruppe der Schwefelstickstoffverbindungen oder Schwefelnitride. Die polymere anorganische und elektrisch leitfähige Verbindung zeigt Supraleitung bei sehr tiefen Temperaturen. Geschichte Die Verbindung wurde erstmals im Jahre 1910 von F.P. Byrd beschrieben, der es durch das Erhitzen von Tetraschwefel-Tetranitrit im Vakuum über Silberwolle erhalten hat. Gewinnung und Darstellung Die Verbindung entsteht durch die Polymerisation des nur bei tiefen Temperaturen stabilen Deschwefeldenitrits. Beim langsamen Aufheizen des weißen Ausgangsstoffs auf minus 10 Grad Celsius einsteht zunächst ein tiefblaues, radikalisches und paramagnetisches Intermediat aus offenkettigen NSNS-Einheiten, welches sich dann innerhalb von zwei bis drei Tagen zum kristallinen Polymeren Polythiazyl umwandelt. Polythiazyl kann auch mittels Vakuum-Pyrolyse von Tetraschwefel-Tetranitrit an Silberwolle bei 300 Grad Celsius hergestellt werden, wobei Intermediär das Deschwefeldenitrit auftritt. Ein Syntheseweg, der die explosiven Ausgangsstoffe S2N2 bzw. S4N4 vermeidet, ist die Umsetzung von Tri-Azyl-Trichlorid-3 mit Tri-Methyl-Zil-Ilazid. Das Tri-Azyl-Trichlorid kann aus der Schwefel-Dichlorid-Ammoniumchlorid und Chlor erhalten werden. Eigenschaften Polythiazyl ist ein metallisch-goldenglänzendes kristallines Material, das faserartig vorliegt. Das Polymer ist relativ inert gegenüber Sauerstoff und Wasser. Die Struktur der kristallinen Verbindung konnte mittels Röntgenbeugung aufgeklärt werden. Hier ergaben sich alternierend SN-Bindungslängen von 159 PM und 163 PM sowie SNS-Bindungswinkel von 120 Grad Celsius und NSN-Bindungwinkel von 106 Grad Celsius. Das Material besitzt eine anisotrope elektrische Leitfähigkeit. Entlang der Fasern bzw. SN-Ketten ist die Verbindung elektrisch leitfähig senkrecht. Dazu ist sie ein Isolator. Die eindimensionale Leitfähigkeit beruht auf den Bindungsverhältnissen in der SN-Kette, wo jedes Schwefelatom 2 Pi-Elektronen bzw. jedes Stickstoffatom 1 Pi-Elektronen zur Bildung von ZWEI-ZTNTRE in 3 Pi-Elektronen-Bindungseinheiten liefert. Die Verbindung war die erste Nicht-Metallverbindung, bei der die Supraleitfähigkeit nachgewiesen werden konnte. Allerdings ist die Sprungtemperatur mit 0,3 K relativ niedrig, was keine praktische Anwendung wahrscheinlich macht. Bei der Verbindung wurde zwei polymorphe Kristallformen beobachtet. Die aus der Synthese resultierende Monokleinformie kann durch eine mechanische Behandlung wie eine Malen in eine orthorhombische Form 2 umgewandelt werden. Verwendung Aufgrund der elektrischen Leitfähigkeit kann Polythiazyl als Material für LEDs, Transistoren, Batteriekathoden und Solarzellen verwendet werden. Verwendung Aufgrund der elektrischen Leitfähigkeit kann Polythiazyl als Material für LEDs, Transistoren, Batteriekathoden und Solarzellen verwendet werden. Aufgrund der elektrischen Leitfähigkeit kann Polythiazyl als Material für LEDs, Transistoren, Batteriekathoden und Solarzellen verwendet werden.